Welchen Beruf haben Sie erlernt? Wie lange haben Sie in Ihrer Heimat in diesem Beruf gearbeitet? Wo arbeiten Sie zurzeit jetzt? Wo würden Sie gerne arbeiten oder sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? Was genau gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit? Was gefällt Ihnen nicht an Ihrer Arbeit? Wenn Sie momentan arbeiten, sind Sie beruflich viel mit dem Auto in der Stadt oder in den Städten unterwegs? Oder haben Sie einen festen Arbeitsplatz und müssen nicht mobil sein? Haben Sie immer die gleichen Arbeitszeiten, also zum Beispiel immer nachmittags von 13 bis 18 Uhr? Oder müssen Sie flexibel sein und arbeiten an einem Tag morgens, an einem anderen Tag abends auf Abruf von Ihrem Chef, Ihrer Chefin? Wie viele Arbeitskollegen haben Sie? Wie oft pro Woche arbeiten Sie? Arbeiten Sie auch am Samstag oder Sonntag? Wenn Sie momentan Schüler, Schülerin oder Student, Studentin sind und nicht arbeiten, wie viele Stunden pro Woche würden Sie gerne arbeiten? Was denken Sie, wie hoch sollte der Mindestlohn pro Stunde sein? Ist es eher leicht oder eher schwierig, einen Job in Ihrer Stadt zu finden? Würden Sie gerne eine Ausbildung machen oder zur Universität gehen? Wären Sie gerne Chef, Chefin? Wären Sie gerne Chef, Chefin? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wären Sie gerne Chef, Chefin? Was sagen Sie gerne Chef, Chefin? Untertitelung des ZDF für funk, 2017